Hallo, in diesem Video stelle ich euch vor, wie man mit Hilfe von Krita solche Videos mit Animationen zusätzlich versehen kann. Das war mal eine Frage in den Kommentaren und mit der neuen Version ist das auch möglich, deswegen wollte ich das einmal hier vorstellen. Auf der offiziellen Seite von Krita gibt es da auch jeweils Versionshinweise von der aktuellen Version und da gibt es auch dieses Plugin oder Infos zum Plugin und auch Links zum entsprechenden GitHub Projekt. Das werde ich euch alles verlinken, das könnt ihr hier als Zip im Prinzip runterladen, als ein Zip-Container, dieses ganze Plugin, um Videos zu importieren und da gibt es auch einige Informationen dazu, wie man das Ganze installieren soll. Im Prinzip ladet ihr euch einmal das Zip runter und dann geht ihr auf Extras, Skripte und dann dieses Python-Plugin, was ihr runtergeladen habt von der Seite, dann einfach als Zip-Container auswählen. So, das mache ich jetzt hier und einfach öffnen sagen. So, und dann kriegt man eine kleine Meldung, das wurde importiert und dann müsst ihr auf jeden Fall Krita nochmal neu starten. Da muss man ein paar Mal hin und her neu starten, damit das Ganze auch vernünftig funktioniert. So, jetzt haben wir Krita neu gestartet und jetzt geht ihr auf Einstellungen und dann Krita einrichten. Und hier müssen wir genau dieses Python-Plugin aktivieren unter dem Plugin-Manager. Der steht jetzt nach dem Neustart da und dann einfach Häkchen setzen und mit OK bestätigen. So, jetzt haben wir das Ganze aktiviert, jetzt müssen wir nochmal neu starten. Besser ist, ihr startet ein paar Mal mehr neu, dann funktioniert das auch besser. Und jetzt habt ihr auch unter Extras, Skripte, auch diesen Animator Video Reference. So, jetzt meckert er noch ein bisschen. Da muss noch eine kleine Konfiguration durchgeführt werden. Also ihr seht schon, das ist auch der Grund, warum das nicht in der Standard-Software drin ist. Man braucht da noch dieses FFM-Pack, was für den Video-Import sorgt. Das könnt ihr auf FFM-Pack.org herunterladen für System. Ich habe das jetzt hier für Windows gemacht und am besten ihr packt das auf C, FFM-Pack. Und dann ist das so eine Standard-Installation quasi. So, und dann ist da unter BIN die entsprechende Excel. So, diese Software sorgt dafür, dass halt die Videos entweder importiert, exportiert oder umgewandelt werden können. Auf jegliche Art. Diese Software ist sehr weit verbreitet und wird auch sehr häufig eingesetzt. Aber damit das funktioniert, muss das System wissen, dass die Software da ist. Das heißt, ihr müsst unter Systemsteuerung, Systemsicherheit, erweiterte Systemeinstellungen öffnen. Und dann hier unten Umgebungsvariablen editieren. Und da unter Path einfach mal Doppelklick drauf oder bearbeiten. Und da neu einen hinzufügen und zwar dieses C, FFM-Pack, BIN. So, dass wenn ein System, also wenn Krita jetzt wissen will, wo ist FFM-Pack, wird das System es wissen und es ihm zeigen. Nur so wird das Ganze funktionieren. Und nachdem ihr das eingestellt habt, könnt ihr jetzt unter Extras, Skripte und dann diesen Animator Video Reference öffnen. Und ihr seht, jetzt funktioniert das Ganze, weil er weiß, wo dieses FFM-Pack liegt, weil er das braucht, um das Video halt zu importieren. Und in einzelne Bilder umzuwandeln. Und jetzt können wir auch mit dem Import starten. Das heißt, ihr braucht jetzt eine Videodatei im Endeffekt, die Krita in einzelnen Bildern in eure Animation importieren kann. Die erzeugt dabei eine neue Datei. Und hier klickt ihr jetzt einfach auf Choose a Video File, was so viel bedeutet, dass wir ein Video öffnen sollen. Und hier einfach dann das passende Video auswählen. Ich habe jetzt einfach so ein Stock-Video heruntergeladen, was kostenlos verfügbar war. Und ja, einfach importieren lassen. So, das Video ist da. Jetzt kann ich mir die einzelnen Frames anschauen. Kann hier bestimmen, wie lang das Ganze sein soll. Kann hier zwischen den einzelnen Frames hin und her switchen. Kann auch hier ein bisschen hin und her spulen. Seht ihr, das geht auch. So, und verschiedene Optionen einstellen. Wie viele Frames per Second es haben soll. 24 ist okay. Und ich werde hier aber die Länge einfach auf 9 Sekunden einstellen. Weil das oder 10. Das Video dauert halt 9 Sekunden und irgendwas. Und ja, damit soll auch das ganze Video importiert werden. Und jetzt sage ich jetzt einfach Export Frames. Und jetzt springt genau dieses FF-MPEG an und fängt an, aus dem Video, was ich ausgewählt habe, einzelne Frames zu exportieren. Und ihr seht, oben läuft auch schon der Ticker. Das heißt, das Ganze wird auch riesig groß. Grundsätzlich. Das heißt, man muss auch ein bisschen achten, was die Performance angeht. Mir ist die Software bei den Tests einige Male abgeschmiert. Das heißt also, hier würde ich ein bisschen vorsichtig sein und eher öfters speichern. Das seht ihr gleich auch, dass ich das öfters mache. So, das Ganze ist importiert. Ihr seht, 1,3 GB groß die Datei bereits. Und ich habe jetzt hier unterschiedliche Ebenen bereits. Und damit ich jetzt das Ganze auch bearbeiten kann, muss ich jetzt in diesen Animationsmodus wechseln. Und da kann ich jetzt in Krita die einzelnen Frames anklicken und mir anschauen, wie sieht das Ganze aus. Das heißt, der hat mir jetzt für je, also im Prinzip eine Ebene erstellt mit dem dazugehörigen Video, wo dann die einzelnen Frames drin sind. So, und jetzt kann ich einfach auf die Ebene darüber gehen und dann sagen, mach mir einfach erstmal einen leeren Frame da rein und anfangen zu zeichnen. Ja, und wie das mit dem Zeichnen funktioniert, das habe ich euch schon mal gezeigt in einem Tutorial. Trotzdem zeige ich das hier nochmal. Am besten ihr geht auf diese Funktion nochmal und sagt, okay, ich möchte Frames nach hinten und Frames nach vorne sehen mit dem Glühbirnchen da. Aktiviert ihr das Ganze auch für die Ebene, so dass ich klassischerweise so ein bisschen sehen kann, wie sah der Frame davor aus und wie sieht der jetzt aus. Oder wie müsste ich den jetzt zeichnen. Und ich nehme jetzt einfach so ein Standardzeichenwerkzeug und mache so eine kleine Animation, damit man da so ein bisschen erstmal als Beispiel das Ganze haben kann. Ja, und da soll einfach mal irgendwie so ein Hai schwimmen. Ja, und genau. Und das habe ich jetzt erstmal in dem Frame untergebracht für die Ebene. Und jetzt sage ich einfach diesen Frame duplizieren und verschiebe das Ganze so ein bisschen. Ja, in dem Frame aber. Und wenn ich das jetzt aber so lasse, dann bleibt es da stehen. Der behält die Animation bei, aber ich schiebe das jetzt für den Frame da und ihr seht, diese Einstellung, die ich vorhin gemacht habe, die wirkt sich schon aus. Da sehe ich, wie die Frames da vorne und dahinter aussehen werden und mit diesem Glühbirnchen hatte ich das aktiviert. Dann dupliziere ich nochmal, schiebe ein bisschen nach vorne, dupliziere wieder den aktuellen Frame. Ja, der Frame ist immer im Prinzip der Teil auf der Zeitleiste. Und so, ich beschleunige das Ganze einfach jetzt, damit es etwas einfacher ist. Weil das mit der Animation, das dauert immer so ein bisschen seine Zeit. Und ja, hier seht ihr, wie das Ganze dann funktioniert würde. Ich dupliziere im Prinzip erstmal die Frames, damit ich diese Schwimmbewegungen habe von dem Hai. Und ihr seht, dass die Personen da unten, die bewegen sich aber trotzdem von Frame zu Frame. Ich habe das Video da. Und jetzt fange ich an mit so ein bisschen anderer Animation. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal, dupliziere die Frames und der soll da so ein bisschen auftauchen. Und ja, radiere dann im Prinzip, dupliziere den Frame, radiere die einzelnen Linien an bestimmten Stellen aus. Und zeichne das Ganze ein bisschen neu ein, damit da so eine Bewegung entsteht. Ja, und ihr seht, das funktioniert auch ganz gut. Da taucht der Hai auch schon auf. Und ich mache das jetzt einfach mal weiter, bis der so halbwegs aufgetaucht ist. Und dann hören wir aber auch schon auf. Denn hier in dem Video geht es eigentlich ja darum, wie man halt eben diese ganzen Sachen importiert und dann entsprechend mit Animationen versieht. Ihr könnt es jetzt hier im Prinzip euch vorstellen, was man damit alles machen kann. Das heißt also, ich kann, wenn ein Auto, irgendwie ein Video von einem Auto habe, was da fährt, kann ich da schön aus den Reifen Flammen kommen lassen oder aus dem Auspuff. Oder ihr kennt vielleicht diese Videos, die teils mit so ein paar Animationen überlagert werden. Auf diese Art kann man das machen und zwar auch noch kostenlos mit den ganzen Softwarepaketen, die ich euch gezeigt habe. So, und im Prinzip habe ich jetzt die Animation, die ich haben wollte. Das heißt, der Fisch oder der Hai, der taucht da jetzt auf. Und jetzt kann man das Ganze auch rendern lassen. Und das macht man wiederum gleich mit diesem FFM-Pack. Und wenn ihr dann mit eurer Animation fertig seid, dann geht ihr ganz einfach auf Datei, Animation, Rendern. Das hatten wir schon mal vorgestellt. Und hier könnt ihr entweder eine komplette Bilderserie, Bildersequenz aus euch rendern lassen oder einfach das Ganze direkt in ein Video umwandeln. Hier braucht ihr wiederum das FFM-Pack. Und dann nehmt ihr wieder das, was wir vorhin genommen haben. FFM-Pack, Exe auswählen. Und dann noch, wohin soll das Video gespeichert werden. Dann Rendern als Videoformat auswählen. Nicht vergessen, ich packe das einfach bei mir in meinen kleinen Desktop-Ordner, den ich für das Projekt gemacht habe. Und dann einfach auf OK klicken. So, wenn ihr das geklickt habt, dann, das beschleunigt hier bei mir ein bisschen. Normalerweise dauert das ein bisschen länger. Dann wird einfach das Video animiert, beziehungsweise gerendert von FFM-Pack im Hintergrund und weggespeichert. Und da habe ich jetzt das Video auch schon geöffnet. Das ist das fertige Ergebnis. Und da schwimmt der Hai, taucht auf, wundert sich, was ist denn da los. Und ja, im Prinzip könnt ihr jetzt das Gleiche machen mit anderen Videos, was weiß ich, hinter den Leuten Godzilla herlaufen lassen oder was auch immer. Ja, oder eure eigenen Videos mit ein paar Animationen versehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei und vergesst nicht immer, euer Projekt zwischendurch zu speichern. Und vergesst natürlich auch nicht, den Channel zu abonnieren und mal einen Kommentar zu hinterlassen, solltet ihr Fragen haben oder Anregungen. Wie ihr seht, gehe ich auch durchaus auf einige ein und stelle hier auch Videos ein, wie man das Ganze lösen kann. OK, bis dann! Und jetzt! Vielen Dank.